Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es endlich mal wieder von mir ein Video. Und zwar habe ich mich in der letzten Zeit schon wieder gar nicht gemeldet. Das liegt daran, dass mein Handy keinen Speicher mehr hat und ich halt keine Videos so lange posten konnte. Und jetzt denken wahrscheinlich viele wieder, oh du benutzt immer Ausreden, das stimmt wirklich. Und der, der denkt, ich benutze eine Ausrede, der kann auch gleich gehen. Ja, ich wollte euch bloß eine kleine Ankündigung sagen. Und zwar könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr gegrüßt werden wollt oder einfach ein paar Fragen schreiben. Denn, ja, ich glaube, das wäre eigentlich mal so eine ganz coole Videoidee, dass ich mal ein paar Fragen beantworten kann. Und in jedem Video zum Beispiel zwei Grüße. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Mua. Mua.